oh mein Gott die neuen Microsoft Erelease ist da und es gibt was Neues ja 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 ihr seht's ja schon in der Ferne es gibt nämlich jetzt Dschungel Bio richtig geil richtig nice ich habe sie schon selber erkundet er ist einfach nur übelst geil und man vielleicht sieht hier ja die Stämme sind sehr viel dicker Das ist jetzt auch ein anderes Holz Wo haben wir es denn? Da Man sieht es ist anders gestreift Das hier ist waagerecht Das ist senkrecht Gefällt mir echt gut Hiermit kann man zum Beispiel solche Pfeiler machen Und mit dem hier kann man dann halt senkrechte Pfeiler machen Waagerecht Aber mir gefällt das Holz wirklich sehr gut Genauso wie das neue Laub hier Das ist sonst so ein bisschen Naja wie soll ich sagen So dickere Blätter Solche Art Ich würde mal sagen So dicke Gummiblätter Und aus so einem Biom Da können wir doch echt was richtig schönes zaubern Oh hallo Finde ich persönlich Das sieht einfach nur übelst nice aus Hier so rumzuwandern Sollte ich euch einfach mal kurz zeigen Den Download Link für die Jar Die stehen in der Beschreibung Sofern es dann nichts Neues gibt Würde ich dann mal sagen War es das dann auch schon wieder Ich wollte ja mal nur dieses Coole Richtig geile neue Biom vorstellen Was Richtig Potential hat Eine neue Schöne Naja Stadt zu errichten Da bin ich dann mal gespannt Wie das so wird Gut Ich verabschiede mich dann wieder Ich hoffe es hat euch gefallen Dieses kleinen News Update Und